Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Trailer-Reaction-Video hier auf meinem Kanal. Ja, lang ist es her, dass ich das letzte Mal ein Trailer-Reaction-Video gemacht habe. Das war das letzte Mal mit Spider-Man 2. Das ist schon viel, viele Monate her, aber jetzt kommt natürlich ein neues Star-Spiel namens Outlaws, diesmal von Ubisoft. Und seit gestern haben sie den neuen Story-Trailer veröffentlicht. Und heute möchte ich euch gerne mit euch gemeinsam es anschauen. Und übrigens, ich habe mein Star-Wars-Shirt schon hier. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt sehen könnt, aber ich habe als Star-Wars-Fan natürlich immer ein Star-Wars-Shirt dabei, wenn ich irgendwas anschaue. Natürlich, wenn ein neuer Trailer kommt oder ein Kinofilm. Okay, ich wollte nur sagen, starten wir mal das Ganze. Übrigens, das ist jetzt der deutsche Trailer. Ich habe extra für euch den deutschen Trailer herausgesucht. Und jetzt schauen wir mal das Ganze. Ihr alle repräsentiert eine der mächtigsten Verbrecherorganisationen der Galaxis. Pikes, Crimson Dawn, Hutton. Okay, Moment mal. Also dieser eine Pike, also sein Design, der erinnert sehr stark, also den hier, der erinnert sehr stark an den Pike von der Serie The Book of Boba Fett. Ich weiß, die Pikes sahen in der Clone Wars Serie eigentlich anders aus, aber hier sehen sie genau aus wie in der Boba Fett Serie. Crimson Dawn, Hutton. Dies ist die blöde Zeit der Unterwelt. Das Imperium kontrolliert jeden Winkel der Galaxis. Doch es wird von einer Rebellion in Atem gehalten. Die Gelegenheit, um Millionen zu scheffeln. Kay Vess. Ja, das ist sie. Kay Vess, oder heißt sie jetzt Kate Vess? Moment mal. Kay Vess. Kay Vess, okay. Ja, das ist unsere Spielfigur, die wir halt spielen. Sie ist quasi eine Söldnerin oder Kopfkildierin. Ich bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall den Stil wie Han Solo. Müsst ihr euch vorstellen. Und mit ihr werden wir einfach quasi die Welt bereisen. Und da, das ist irgendwie schon ziemlich cool, muss man ganz ehrlich sagen. Also, da muss man echt Ubisoft lassen in ein Star Wars Spiel. Seit wann konnten wir zuletzt in der Welt bereisen? Ich glaube, seit The Old Republic. Lass mich nicht lügen, aber ich bin mir sicher, seit The Old Republic kam kein neues Star Wars Spiel, wo wir die Welt erkunden konnten. Ich meine jetzt nicht Jedi, Fallen Order und so weiter. Ich meine wirklich komplett große Welten erkunden. Weil Fallen Order und Survival ist noch ein bisschen anders. Da sind die Welten vielleicht ein bisschen kleiner. Klar, es gab einige Welten, die waren schon ziemlich groß. Aber ich meine jetzt in der Perspektive oder Sicht des Spiels. Ah, ziemlich brutal, die Kleine. Okay, die sind wirklich neu. Ey, dieser Typ, der Lero, ganz ehrlich, ähm, der erinnert mich irgendwie sehr stark an jemanden. Ohne, jetzt nicht in einem Star Wars Franchise, sondern in irgendeinem anderen Spiel. Selbst sein Outfit. Sein Outfit erinnert mich sehr stark an Valhalla. Aber dazu bekomme ich noch gleich... ...deinen Kopf. Ob ihm sein Geld und kauf dich frei. Dieser Auftrag ist lebensmüde. Oh! Han Solo! In Carbonut? Wie geil! Ich frage mich echt, was die Story sein wird. Weil ich weiß, das Spiel spielt nach den Ereignissen von Star Wars Episode 5, aber noch vor Episode 6. Und das finde ich irgendwie ziemlich cool, dass wir Han Solo sehen, aber in Carbonut. Und das heißt wiederum, wir sind in Jabba's Palace. Boah, das sieht echt toll aus. Also die Welten sehen für den ersten Blick echt schön aus. Vor allem dieser Planet, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie der heißt, weil es sind wirklich viele neue Planeten. Aber der erinnert mich irgendwie sehr stark an den einen Planet aus Star Wars Jedi Survivor, wo Grease seine eigene Bar hat. So ein bisschen ähnlich ist es aufgebaut. Ja, hier haben wir noch ein bisschen schön die Natur. Oh, ich finde es so echt schön hier. Hier draußen entscheidet ein Ruf über Leben und Tod. Du willst überleben? Kenne die Draxia. Du kennst diese Welt nicht. Was ist dein Problem? Komm wieder, wenn du es tust. Ich frage mich eigentlich, ist das genau derselbe Typ wie aus der Serie? Vielleicht ist es ja auch ein anderer. Ich meine, klar, die sehen zwar immer gleich aus. Ohne Witzung. Also ich muss, wenn ich die jetzt sehe, an die Serie Boko Boko Fett denken. Obwohl die Serie nicht so toll war für mich. Oh, wie geil, Jabba. Interessant. Also ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich habe schon so ein paar Ideen oder so Theorien, dass wir vielleicht bei Jabba viele Nebemissionen bekommen. Und das ist nichts Neues bei Ubisoft. Ich meine, ich finde. Aber nee, nee, das sage ich jetzt noch nicht. Das mache ich erst am Ende. Gut, mach keinen Fehler. Meine Crew hat einen Palast, um... Okay, wir überspringen diesen Teil. Solange ich mich erinnern kann, gab es nur Nix und mich. Und wir taten alles, um zu überleben. Dieser Auftrag ist meine Chance, frei zu sein. Okay, das war doch sehr stark vom Gameplay. Also dieses Gehüpfte und Gelaufe. Also hier, das kann jetzt eine Zwischensequenz sein. Aber hier, das da. Das ist definitiv vom Gameplay. Das kann man jetzt nicht verleugnen. Aber das sieht echt Hammer aus. Durchziehen wollen. Brauchen wir die richtige Crew. Und das richtige Schiff. Ich nahm dich, weil du eine der besten Kopfgeldjägerin bist. Sie ist besser vernetzt, als du gesagt hast, Zlero. Okay, Moment mal. Die ist eine Kopfgeldjägerin? Und ich habe wirklich... Mein erster Anblick ist dieser Lero... Sie ist besser vernetzt, als du gesagt hast, Zlero. Bess ist ein etwas Größeres verstrickt. Wo ist der denn? Bess ist ein Kopfgeldjägerin? Der hier... Och Mann, komm. Ah, nee. Ja, perfektes Bild. Also, ich bin mir definitiv dieser... Es geht nur um diesen Kerl. Und das wird wahrscheinlich unser... Bad Guy des Spiels sein. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Kann ich mir echt ganz gut vorstellen. Aber das wird sich wahrscheinlich ziehen mit der Story. Sie ist besser vernetzt, als du gesagt hast, Zlero. Bess ist ein etwas Größeres verstrickt. Das Outer Rim ist ein gefährlicher Ort. Alle kämpfen um ihren Teil der Galaxis. Aber ich will nur in Freiheit leben. Und dafür riskiere ich... Okay, so ein bisschen erinnert mich das schon auch wie an Uncharted 4. Zum Beispiel hier. Dieses, ähm... Schwingen, gerade mit dem Saal. Guck mal. In Freiheit leben. Genau das. Das erinnert mich wirklich sehr stark an Uncharted 4. Also, wenn wir das wirklich können. Also, darauf habe ich echt Bock. Und dafür riskiere ich alles. Das hat nichts. Oh, Moment mal. Das ist ja das Sardar-Monster. Das ist stark. Oh, die Death Coopers. Palace von Jera. Ja, und das war es im Prinzip schon. Weil mehr kommt nichts. Hier ist nur noch das große, große Poster. Hier haben wir nochmal das Titelbild von Outlaw. Nochmal hier den Titel. Und natürlich für Vorbesteller, ähm, gibt es, ähm, dann wahrscheinlich die zwei Fahrzeuge. Und man kann natürlich, wenn man das Spiel vorbestellt, drei Tage, ja, zocken vorm Release. Das Ganze kommt am 30. August dieses Jahr natürlich. Und, ähm, die Leute da draußen, falls ihr fragt, für welche Konsolen, ähm, das Spiel kommt. Das kommt einmal für die Playstation 5, Xbox Series X oder S. Und natürlich einfach nur Series. Und für den PC. Weil es ist jetzt nur noch Next Gen Generation lang gesagt. Und nicht mehr für PS4 und Xbox One. Naja. Okay. Also, mein erster Eindruck von diesem Spiel. Ich muss ganz ehrlich sagen. Und, wenn, würde ich das nicht sagen, dann würde ich auch lügen. Also, so wie ich das sehe, wie ich jetzt auch hier die Grafik sehe, und das Optische dahinter, und da ich ja auch weiß, dass es ja auch ein reines Open Single-Player-World-Spiel ist, wie AC, habe ich so das Gefühl, es ist wie Assassin's Creed, schrägstrich Valhalla, schrägstrich Mirage. Ja, jetzt würde ich sagen, hä, wie kommst du auf Assassin's Creed? Das ist doch Star Wars. Jetzt, lass mich mal ausreden. Das Ding ist, man könnte einfach sagen, es ist Assassin's Creed nur in Star Wars. Das wäre mein erstes Gefühl, wirklich, weil, ohne wisst, äh, diese Qualität, das erinnere mich sehr stark an Valhalla und Mirage. Also, das würde mich nicht wundern, wenn das so später sein würde. Und, ähm, jetzt zurück zu Jabba. Ähm, ja, wo ist der denn nochmal? Okay, wir bleiben hier, weil, also ich hatte das Gefühl, und ich kann mir das auch ganz gut vorstellen, dass wir viele, viele Nebenmissionen von Jabba bekommen. So, solche Aufträge, die wir vielleicht, weiß nicht, freischalten können von Outfitten oder Credits. Das ist so typisch, naja, wie soll ich sagen, Ubisoft Assassin's Creed Style. Kann ich mir echt sehr gut vorstellen. Aber ich muss echt wirklich Lob aussprechen, dass wir auch wirklich nur noch einen reinen Single-Player-Spiel bekommen, weil, wir erinnern uns ja an die neuen Star Wars-Spiele, also quasi die neuen Star Wars Battlefront-Teile von EA. Das waren reine nur Multiplayer-Spieler. Vor allem den ersten Teil, so für Single-Player-Spieler, das ist leider nix für euch. Also, da hat man vielleicht ein paar Modis, aber die sind wirklich nicht gut. Klar, Star Wars Battlefront 2 hat so seine Stärken. Ich rede aber natürlich jetzt von den EA-Spielen, jetzt nicht die Old-School-Klassikern. Klar, es hat einen Single-Player-Modus und das war's. Und hat auch wieder coole Modis für den Single-Player, aber die coolsten Modis sind wieder natürlich für den Multiplayer und das ist echt kacke. Weil ich ja auch kein so großer Fan bin für Multiplayer. Klar, ich zocke es total gerne mit Freunden und einfach auch so, also quasi nur Battlefront, aber höchstpersönlich spiele ich meistens eigentlich nur gerne Single-Player-Spiele. Und darauf freue ich mich irgendwie drauf. Das Ding ist, ich bin jetzt nicht so gehypt auf das Spiel. Ich habe so ein bisschen Bock, das zu spielen, das gebe ich zu, aber ich bin jetzt nicht so richtig gehypt. Und ich bin noch im Bereich Fragezeichen, ob ich das Spiel holen soll oder nicht. Das Einzige, was ich weiß, es gibt wieder drei unterschiedliche Visionen. Es gibt einmal die Ultimate Edition und die Gold Edition und natürlich die Standard Edition. Das Ganze werde ich euch natürlich einblenden, plus die Preise, da könnt ihr auch vorstellen, wie das Ganze kosten wird und was für Inhalte ihr bekommt, wenn man die Vision holt. Klar, wenn ihr die Standard-Vision holt, dann kriegt ihr einfach nur halt das Spiel. Wenn ihr die Gold Edition holt, dann kriegt ihr noch zusätzlich einen Season-Pass und das Ganze könnt ihr natürlich noch drei Tage vorm Release zocken. Und wenn man den Ultimate Edition holt, dann gibt es noch zusätzlich Inhalte. Für Playstation-Spieler kann ich euch nur empfehlen, geht mal schon mal in den PSN-Store und könnt ihr schon mal einen groben Einblick mal reinschauen, was ihr alles für Vorbesteller bekommen könnt. Weil es gibt sogar schon Outfits für das Spiel, da hat man einmal so ein Han Solo-Outfit und ein Lando-Outfit, was ich auch ein bisschen komisch finde, aber ich meine, ja klar, man will hier so Werbung, Werbung, hier Franchise, Franchise. Hier komm, hast du den legendären Han Solo nur natürlich in den Outfit, aber kannst du tun, als du Han Solo spielst nur natürlich in weiblich. Na ja. Würde ich das Spiel holen? Ganz ehrlich, ich würde einfach nur die Standard-Version holen, weil für meine Augen lohnt es sich jetzt nicht wirklich so viel Kohle rauszuhauen für die Ultimate Edition und die Gold Edition, weil ich bin jetzt kein Fan davon, dass man jetzt alles holt. Klar, vielleicht ist es schon cool, aber für meine Augen reicht es einfach nur, wenn ich die Standard-Version hole. Übrigens, was ich auch interessant finde, es gibt tatsächlich schon DLC-Stories-Levels. Die packen jetzt schon DLC-Stories-Levels, obwohl man macht das meistens immer so Monate später oder vielleicht höchstens ein Jahr später, wenn das Spiel schon draußen ist, was ich auch echt komisch und interessant finde. Aber na ja, allgemein finde ich die Story schon interessant, aber ich erwarte jetzt auch wirklich nicht, dass wir so wieder diese legendäre Charaktere sehen, wie Darth Vader. Ich meine, klar, wir sehen halt quasi das Imperium, aber ich erwarte jetzt auch wirklich nicht und ich denke mal, wir sollen jetzt auch nicht erwarten, dass wir halt wie Darth Vader den Imperator sehen, Luke Skywalker. Vielleicht lege ich mich falsch, dann sehen wir doch Luke Skywalker, vielleicht soll ich ihn durch einen Camer-Auftritt, das kann wohl möglich sein, aber mein Gefühl sagt, nein. Ich meine, klar, Han Solo sehen wir quasi in Capo Nietz, aber das war es ja auch. Das Einzige, worauf ich auch so eher meine Zweifel habe, wir werden sehr wenig gegen das Imperium kämpfen, weil es wird wirklich sehr stark an diese Gangs fokussiert. Das sieht man ja im Trailer, man sieht wirklich an diesen Liro, wie da jetzt auch heißt. Ich denke mal wirklich, Liro ist so der Big-Bad-Schurke und ich denke mal, ohne Witz, ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass wir so später, genau wie in AC, quasi in Assassin's Creed Valhalla oder Mirage, dass wir so eine Liste haben. Das sind sie, die Zielopferliste. Also es gibt wie hier diese Templer und dieser Liro ist der Ober-Bosch-Schurke, also quasi Ober-Templer, aber in dem Fall jetzt in Star Wars-Universum, der Ober-Gang-Macker und unser Ziel ist einfach, den auszuschalten. Das kann ich mir echt gut vorstellen und wenn das Spiel draußen ist und wenn man das sieht, dass ich recht hatte, dann könnt ihr sagen, Nerdy hatte recht. Ich hatte von Anfang an recht gehabt, dass es genau so aufgebaut ist, weil irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle es irgendwie. Ich will nicht sagen, dass es, man merkt es, weil es Ubisoft ist, weil man merkt es schon an der Richtung, man merkt es an der Qualität, man merkt es so ein bisschen vom Gameplay her. Aber es kann ja auch sein, ich liege komplett falsch. Wie gesagt, es sind nur Theorien, ich habe so meine Gefühle und im Prinzip war es das auch jetzt schon mit dem Video, weil es sollte jetzt auch nicht ultra lang sein. Ihr könnt mal gerne in den Kommentaren schreiben, weil das würde mich auch natürlich furchtbar interessieren, wie ihr das Ganze findet. Würdet ihr das Spiel holen? Würdet ihr es selber zocken? Wenn ja, auf welche Konsole und welche Visionen würdet ihr holen? Quasi die Ultimate Edition, Gold Edition oder Standard, war ganz ehrlich, bei meinen Augen nur Standard Version. Aber naja. Gut, das war es jetzt auch. Apropos eins will ich noch gerne erwähnen. Und klar, ich denke mal, viele von euch da draußen, quasi die Star Wars Fans, haben natürlich wieder gehört, das Cota-Remake-Spiel. Es ist nicht tot, es wird noch daran gearbeitet. Und darauf freue ich eher am meisten darauf, auf das Cota-Spiel. Und dazu habe ich ja auch damals ein Trailer-Reaction-Video gemacht. Ist schon, ich glaube, schon fast ein Jahr her, vielleicht zwei Jahre sogar. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch oder etwas Nettes in den Kommentaren schreiben, denn das würde mich natürlich super, super, mega freuen. Und wir sehen uns das Ganze erst in anderen Videos oder in anderen Let's-Play-Projekten. Macht's gut, tschüss und möge die Macht mit euch sein, meine lieben Freunde. Tschüss.